Die deutsche Hirntumorhilfe ist in meinen Augen eigentlich das Beste, was der Neuroonkologie in Deutschland in den letzten Jahren überhaupt passiert ist. Die Hirntumorhilfe hilft uns, vor allem in der wissenschaftlichen Neuroonkologie, die Erkenntnisse, die wir generieren, die Therapieverfahren, die wir testen oder bereits in einer Routine anwenden, an sie weiter zu vermitteln. Wir erfahren auch Unterstützung bei unseren Projekten von der Hirntumorhilfe und das Allerwichtigste ist, die Hirntumorhilfe bringt uns bei Veranstaltungen wie heute hier zusammen. Die nächste Veranstaltung, der Welthirntumortag, ist ähnlich groß aufgebaut. Da gibt es an verschiedenen Plätzen Veranstaltungen. An der Uniklinik in Köln werden wir ebenfalls Veranstaltungen machen, also merken Sie sich den 9.6. schon mal als nächsten Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.